Hey Hallo und herzlich willkommen hier zu den survival games mit dem stein lp auf der neuen map fire games Ich hab jetzt nichts aufnehmen verkackt, weil ich nehme mit audacity in 2s noch auf mit Wir werden heute mit dem slime ball des todes gewinnen. Oh mein gott da ist zack sie drin zack sie zack sie Wir gehen eine rute gell? Übrigens mit dem spacken po DVD craft Ich mag auch spacken, aber die mögen mich auch nicht Scheiß spacken Ich hab ne eisenhose und eisenbein Ich hätte ein schwert haben können, aber die sind so schlecht Ich hab ne eisenhose und eisenschuhe für mich Wo fuck ich bin, nein komm schon Wir gehen meine rute, wir gehen unsere rute Ich bin immer noch da, die einzige rute die ich kenne ist deine rute Fuck ich bin viel zu, viel zu, hängt der Strahle Ich hab immer noch diese rute weg Das tut mir so leid 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 So ein Fehler war auch Ich bin hier oben, guck mich ein bisschen um Ah ja geil, ich habe eine Hand für mich und Hose für dich Ich brauch dich aber auch Warte, wo bist du gerade? Ich hab was für dich Das tut mir so leid Du bist gemein Da kommt einer Max, du musst immer schön Schürt mir leid Ja, zurell Ja, zurellll Ja, zurellll So ein Mist Ah, da bist du hochgerannt Ich hab einen anderen Treppen Ich hab eine Waffe für dich Warum du bist, ich werde dich finden Nö, naja Vergessen wir es wieder Betty sprechen Sie erst aus dem Protokoll bitte Betty, ähm, geh einfach in Richtung, ähm, Bank Nee Nee Hm Achso Bank, ja, okay Dann muss ich auf die Häuserleche erstmal draufkommen Mal gucken, ob ich das schaffe Nein, mir auch nicht Es gibt ja auch Ah, hier ist der Tower mit dem Jump'n'Run Hi, Steine P Hab' ich gesehen Hallo Hose Ich muss jetzt hier hinten an den Rand starten Ey, das ist der Jump'n'Run Tower Ich komm zu dir rübergeraufen Awesome Minecraft Baku Skills Mit Y Kann ich mein Schwert bezahlen Ich hab' hier oben nur Copy-Corner Ähm, hier oben das Ich hab' hier oben nur Copy-Corner Da geh' ich aber Sehr selten hin Kann ich mir's mir mein Schwert geben Ich hab' eben für den Freemann, warum auch immer Ich hab' ein Schwert Ja, chill doch mal, Junge Ich tut mir leid Boi, Junge, äh Ah, Junge, ah, Junge Ah, Junge Ja, auch so harte Anspielungen auf unseren Re-Life Auf unseren Re-Life Wir haben zwei davon Auf unserer Re-Life Wo bist du hin? Ich mach mir langsam Ah, Junge, echt Sorgen Ja, komm dann treffen uns einfach aufm Weg zum Bank Ja, komm dann treffen uns einfach aufm Weg zum Bank Aufm Weg zum Bank Ich hab' übrigens einen Diamanten Ich hab' auch einen Diamanten verarscht Boah, hast du jetzt beinahe geglaubt, oder? Ich wollt' grad' schon schreien Uuuuh, Dierschwit Wir können uns in Dierschwit kräften Damit's auch jeder mitbekommt zum ganzen Heifen Ach man, ich hab' dich verloren Ich weiß nicht genau, wo die Bank ist Du musst einfach diesen fetten, großen Weg nach oben weg Larvenweg 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 Ich hab' grad' Bock, das Texture Pack zu wechseln Und ich tue's Nein, ich sollte es nicht hier tun Es könnte sein, dass ich... Nicht mitten on the way Ohne Teampartner So, ich lauf' jetzt auch den riesigen langen So, ich hab' jetzt zu Dierschwit gewohnt Ich glaub' ich seh' dich da oben Doch nicht Da, ich seh' dich da oben Ich seh' dich da oben Ich hab' Steinschmeck gefunden Das hast du übersehen Hey, komm, lass was zu essen Ich brauch was zu essen So, jetzt hab' ich wieder Shredders Fade voll drin Oh schon Max, wong ich Ich hab' selbst nur zwei Essenssachen Boah, ich hab' auch mal Boah, ich hab' auch mal Ich hab' einen Bogen für dich Hachar Ja, komm mal her Na Wien Schleiß, ich hab' den Goldhannenschleiß Ich hab' den Goldhannenschleiß Hast du noch'n Harnensch für mich? Ich hab' vergessen, dass ich selber keinen Harnensch hatte Nein Klack, ja, der Goldhannenschleiß ist da irgendwo rum Mama, bitte jetzt grad nicht Die selbst, du brauchst ne Runde Max ist immer so selbst, dass er Gefährt auch extra für mich früher in die Schule, damit ich mir sagen kann, was rausfällt Ja, soll ich mir das als kleine Real-Talk-Story einbauen? Ich hab' ne andere gefunden Ja, also, ähm Heute war's so Wir fahren normalerweise in den Bus zur Schule Und wir haben halt in verschiedenen Wochentagen veränderte Buszeiten Also wir fahren am Freitag später oder am Sonntag, Sonntagfrüh Ne, Montagfrüh zum Beispiel Ja, Sonntag fahren wir ganz früh in die Schule Ja, leider, das regt ein bisschen auf Am Freitag fahren wir, fahren wir also so um 7 Uhr 17 oder so los Und dann fahren wir, und an einem Tag fahren wir halt 30 Minuten später Ja, und ich bin einfach so blöd wie ich bin an dem Tag, wer der heute ist Ich weiß ja nicht, wann das hochleitzt Heute ist Montag und ich werde es wahrscheinlich am Dienstag bringen, Penis Ich hab' dich verloren Wenn ich's alles bis aufs kleinste durchgekramt Okay, gut Ich hab' Hunger Ich hab' Hunger Immer noch Harme, harme Okay, dann kann ich dir einen Pumpkin-Pi abgeben Oh, einen ganzen Pumpkin-Pi Oh! Oh, the bank does have been reached Schnell Was? Also auf jeden Fall Hab' ich den Bus dann Entschuldigung für den kleinen Unterbrecher Ich hasse es, wenn das Player das machen Die erzählen irgendwas, lass' ich einfach unterbrechen Es regt mich immer total Ja, das hab' ich schon wieder getarnt Ha, Mann! Auf jeden Fall, ähm, fahr' ich den Bus zu früh zur Schule Und wir haben so'n eine Tafel, da stehen die Da stehen die Vertretungen dran Zum Beispiel Oder in Fall-Sachen Ganz viel Müll Und schon wieder, verdammt! Also Kommen wir zurück zum Thema Hab' ich das Thema was vergessen Auf jeden Fall, ähm, bin ich dahin gefahren Eine Stunde zu früh Und schreib' dann ihm über WhatsApp Etwas ausfällt Und dann waren wir alle verglücklich Weil er dann eine Stunde später zur Schule gekommen ist Und ich kann plötzlich mehr sprinten Hm Naja Okay, ich komm' jetzt zu dir Ich bin auf dem Weg zur Bank Ich war grad noch ganz kurz bei Dings Bei der Copicona Ich bin jetzt in der Bank drin Achso Ah, jetzt kann ich nicht mehr sprinten Scheiße Ich hab' ich hab' richtig viel Essen für dich Ich kann's dir bringen Boah, mir wird grad' schwindelig hier drin Ich weiß aber nicht wieso Hehehe Und, und es ist wieder so, dass meine Wahrscheinlich interessiert's dir Max-Abonnent nicht Aber meine Abonnenten sind so inaktiv 20 Likes Das war ja alles wieder Und da Hilfe, ich kann nicht sprinten Ich kann nicht sprinten Definier' Ich kann nicht sprinten Ich kann nicht sprinten Ich kann nicht sprinten Ich kann nicht mehr Ich muss hier ein paar Funde zunehmen Das zack, sie Wo das zack, sie ist der Komische zur Bankierung Ich werde jetzt von hinten angreifen Hoffentlich verkeh' ich's nicht Zack, sie Scheint nicht besonders schnell zu sein, was das angeht Das ist sehr schnell Ja Essen, 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 essen ich rege nicht, das ist jetzt ziemlich nö und nen ganzen Pumpkinfall reinhauen ja geil, 25 Points, nice, wenn ich sterbe, verliere ich nur 100 so, Eisenhämmer, bist du tot? ich mach auch mit, sag uns auch mal ey, aufpassen, mich verfolgt einer, ich brauch mich nicht ja, ich geb immer irgendwas ab, hier ist ein Eisenhämmer für dich SIP, Hilfe SIP, Hilfe わă,경 hie�ехехACHquarters SIP, Hilfe SIP, Hilfe er aber ein Tag zack sie das ist ein cooler Tipp und er freut sich bestimmt wenn wir nehmen er hat schon geschrieben ob du aufnimmst ich hab immer mal ja geschrieben ganz böser Boy bin ich ich fahre mit dem Bus immer zu früh zur Schule ich hab Goldhelm für dich Goldhelm Oh man, du hast den Goldhelm nicht genommen du böser Boy du hast du halt ein Lederhelm es gibt der Elm nie du bist der Elm da steht wie immer ich bekomme ja nie ein Lob für irgendwas ich bin ja ganz selbstlos hier kann man saugut Teams ausschalten auf jeden Fall hier meine perfekte Route die von mir im Stein ja ich weiß aber du hast sie erfunden wer hat's erfunden? Ricola das ist krafta wer hat's erfunden? oh es war der, wer hat's erfunden? die Schweizer die Ricola das Land namens Ricola Ricola hat's erfunden? die Schweizer Aua das war mal nicht nett von dir ja das war ein heitestes andere alter ich weiß ja das ist so ein Feld das Fadenkreuz damit du genau weißt wie du den zählen musst nicht dieses schlammige Babyfadenkreuz von Minecraft da liegen ganz viele Sachen auf dem Boden das ist bestimmt nicht nur mehr dabei das ist das heiße Shit auf dem ganzen Minecraft-Planet ich hab's hier geholt Bitch ich hab dich kaputt ja sonst mach mich nämlich an kannst du's hier bitte mal unterlassen in der Penis Taxi Paxi Pff oh er ist traurig, gib dir eine Chainhose die brauchst du vielleicht nicht, aber ich gehf sie trotzdem mal sein Schwerk blinkt jetzt war gerade immer schade, jetzt ist das Eisen ich frag mich ob der andere Typ noch im Team mit Taxi ist, dann wären wir im Viererteam im Viererteam im Viererteam das wär schluss dann würd ich den anderen Typ opfern mit den ganzen Kiputschis meinst du, jetzt lass du mich wieder rein das ist mein Viererteam das ist mein Viererteam und ich bin glücklich darüber ja, jetzt hab ich alle getrollt naja das können jetzt ein bisschen emotionslos und Arsch ich rüber hör doch jetzt mal auf Junge, das f*** verzeihst du mir? haha, zurückgebackt da, du jetzt anglest ah, da ist mich wieder getroffen, du Wunsch ein Angler-Aim-Bot aber daneben tut mir leid ich weiß, dass man da nicht rechnet haha, du hast ich damit gerechnet aua oh, das war ey, ey das war ich mach nochmal den Resigste ich hab das Schwein hier töten ich hab das viel Skill-Hub ich komm nicht durch die Gitterschäbe mhm du komm, du musst das Schwein du machst so Angeltacken das ist voll nötig, ey ach ja, ganz nebenbei ich hatte mit Leuten mal eine Art Konflikt darüber ok, gut, dein Eisenharnisch das ist immer nett ich hätte noch mit ein paar Leuten einen Endkonflikt Endkonflikt killen wir einfach, weil das ist zwar Zackis Kollege, aber go, bro wollt man nicht Zacki darüber fragen? meine Punkte, meine Punkte ah scheiße, ne warte, warte, der wollte eigentlich der wollte man das Team, ich weiß, aber du hast die einbegriffen was hast du gesagt? ich habe fuck ich bin ja so schlecht Zip hat gesaagt ja, guck ich bin ja auch guck das war Absicht das war Absicht das war Absicht das war Absicht 1, 1, 11, 11, oh scheiße, ich tippe grad gar nicht, geht's denn mit Kamer mit Schwert ne, ich hasse mein, ich hasse mein L.A.S. das war Absicht, aber das ist meine Finger fertig Du hast Absicht wird S interest ja, da will ich schön mitleidenswert aussehen hast du noch ein eisen ist der fahrer zu sehen was wäre für mich nein ich bin noch mal müsste von zu sehr weit kann also oh mein gott da kommt zack sie angegammelt die bisher jetzt verprügelt wir schieben jetzt einen stock in den arsch eingeschickt hat ein wildes zack sie erscheint du kriegst ein robes wühnchen troll wir fangen alle sofort los ran ich brauche ein dir dann habe ich einen dia sword ich habe einen iron sword hat er einen stöcke scheiße hat er mir eine stöcke ah ich habe stöcke gefunden ja nice ich will jetzt werde ich euch vernimmt getötet weil keiner davon nicht aufpasst da ist irgendwas unter uns gewesen ich habe mich einfach immer in die kiste ich habe gerade einen magischen fisch gefunden ich habe einen hunger gehalten trotzdem habe ich niemand äh trotzdem ist er noch mit meinem haar drin ist der magic fish i need a dia 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 is what i need a day aber dia ist kein dollar deswegen funktioniert die aber dia ist viel wert und dollar ist wenig wert deswegen klappt diese metapher nicht wie auch immer das heißt dieser vergleich sehr schlechte Räume nachgedacht lyrisch fehlerhaft und dazu auch noch wie auch immer was schlecht das war nicht gut ich hätte von dir eine einseitig bessere Leistung erwartet so die aufnahme ist irgendwie da kommt einer der heißt kekswörter der heißt irgendwas mit wirken und nur ein holzschwert du machst hier überhaupt keine kiste auf du hurensohn renne wehre mich rein du schlampe aber vorgib mich ich hab das ganz dezent von der seite die du gehst wirken da ist noch einer das war ein team das war noch einer weniger ich werde mich an die ab schnell aufschlampe gib mir dies klar hast du dir schwert schnell gib mir den gb in der gb in der Mitte da packen wir den in die Kiste sind die schnellen sie langsam schnellen ach so er ist jetzt in übrigen die langsam schnell einzigen übrigen Big Battle des Todes ich bin dafür dass Zaxi sich opfern muss Zaxi Blaze opfere dich oder so die Elper sind mehr der ist ja auch ein Elper die aufnehmen xd ok jetzt machen wir einfach ganz normales ich renne sofort los ich glaub Zaxi hat's nicht ganz verstanden ich glaub er ist immer noch ok er hat so gesagt killt mich lava so was nicht ok gut er haut mich ich muss noch ganz kurz Danke schreiben hatte danke wie gemein ich einfach bin ok ich mache jetzt ein Kämpfchen ok 1 2 3 und muss auch noch die Energie der Kampfversorgung an vorher woher die Geschwerte wir hören jeden Tag warte 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 ganz kurz während dem Kampfwert wechselt zack ich habe jede Kampf gegen den Berliner das wird so auf die Warte die LVM Lachse wechseln auf Schwert was heißt das Schwert in ihm abgab seine Feine warte kurz warte kurz warte kurz ne ein perfekter Schuss Junge ich kann nicht spielen ich kann nicht spielen da war ich wieder gar nicht rum fuck mir einfach jeden Schuss setzt das ist total unfair ey du hackst doch ich weiß doch das du hackst ey du bist voll eine unfaire Hacker also Krolli weißt du was ich will jetzt alle meine Ehren sprengen ich selber in die Luft es hat nicht geklappt 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 oh nein ich habe sogar noch ein schlechteres Schwert gehabt wie saß du deine Ehre genommen und ich selbst in die Luft gesprangt mit immer dieser ich habe es alles trotzdem mit ihrer Ehre und übrigens ja ganz schlecht auch wieder sehen Leute du musst sagen wir vorbeischauen soll ich darf das nicht sagen weil du mehr Abonnenten hast als ich Hashtag schaut bei Steine ja ja was ich erwartet danke und dann noch fügt es hin und bewertet Umgebung unbedingt ist ein Sing-Sang nein du weißt es nicht auf Wiedersehen